Yo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal zu einer kleinen Challenge hier heute in Fortnite. Dabei befinden wir uns hier in Tilted Towers und wir versuchen heute im hochexplosiven Modus des Kampflabors in 10 Minuten Tilted Towers einmal komplett abzubauen. Ich muss mir dafür nur eben schnell einen Timer stellen. Und dann kann es auch schon losgehen in 3, 2, 1, go! Womit fangen wir denn jetzt erstmal als erstes an? Ich würde sagen, wir bauen hier erstmal diesen Block zu nehmen ab. 10 Minuten oder so. 10 Minuten. Ich würde so sagen, ich würde so viel Glück machen. Ich würde so bleiben nochmal die Zeit dafür. Ich würde so sagen, dass ich jetzt auch sehr gut bin. Die erste ist, wie gesagt, hier der Glück, der jeder Fortnite-Spieler, der seit Tilted Towers dabei ist, kennt diesen Ort. Und klar, aber auch in die Neuerung, die jetzt hier vielleicht erst Kapitel 3 oder Kapitel 2 dazu bekommen. Und das war der legendärste Ort hier. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal die Tilted Towers. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt meistens hier die... Und das sollte jetzt nicht so lange dauern. Und dann würde so die Lustraten oder was so ganz wegziehen. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal den Blaster da unten. Also alle, die fahren könnten, die man fahren kann, sollen wir definitiv außerhalb der Tilted Towers parken. Weil sonst geht die Challenge eigentlich nicht gut gestanden. Schönen wir nicht. Ich hatte immer gerne einen guten Tag, wie ihr das seht. Und dann haben wir zumal gemeint in der Challenge. Also wir versuchen halt, wie schon gesagt, in 10 Minuten, jetzt halt nur noch 8, komplett die Towers abzunehmen. Und dann sind wir zuerst ab. So. Und dann sind wir hier. Und dann sind wir hier. Wir sind da binden. das dürfte jetzt perfekt Dann nehmen wir uns hier mal die Munition weg. Dann nehmen wir uns hier noch schön den 4-Fachwerfer mit. Oder wird hier normal? Ich mein, warum nicht? Schadet mich für uns nicht. Dann nehmen wir uns hier noch schön den 4-Fachwerfer mit. Jawoll, passt. Let's go. Nächstes Haus abgebaut. Wir müssen uns ranhalten. Wir haben kaum Zeit. Oh, perfekt. Nein! Oh, was hab ich getan? So schlau. Natürlich müssen wir auch die Autos, die im Licht fahren können. Abbau. Ich hab jetzt das Main-Gebäude. Dann wird das das Main-Gebäude von Pizza Pizza. Aber das ist auch... Ein richtig wildes Gebäude von Töten. Perfekt. Nicht getroffen. Jetzt aber. Aber das Schild da unten. Das find ich... das find ich nice. No sweat insurance. Keine Schütter. Keine Schütter. Oh. Keine Schütter. Boah, der Boop-Sex-Moot. Oh. 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 Eine Kiste. Was? Was ist denn da drinnen? Ja. Schrott. wie geil weil die explodieren die flächenschaden warum geht das ich hab nichts so jetzt ich hab nichts ich hab nichts ich hab nichts nicht bauen so wir haben jetzt noch 4 minuten und das noch nicht zu schaffen und das ist absolut ach schade aber es heißt ja deswegen geb ich auch nicht aus warum steht das ah deswegen nein warum nicht hä ah perfekt jetzt muss ich hier irgendwie ah ja ich hab doch meinen greifer so weg weg weeeeee weeeeee we just have to do da sieht man wo die scheiße vor so zu zu noch so so das das k hat das baut sich ab ach wir jetzt schon Ich hab mein Arm auch gut nicht damit gerechnet, was das echt was ist. Das ist echt toll. Egal. Perfekt, ich hab keine Munition mehr. Ägal, es ist so gut, dass nichts ist. Ich före mit Munition. Waaah, es wird sich nicht mehr so gut. Ich habe einen Verdacht, einen Verdacht! Schade Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Das ist ein Das ist ein Fünfzehn Sekunden noch Oh perfekt Ich verfehle ich die letzte Rakete Oder I didn't expect Und damit sind die zehn Minuten abgelaufen Und Ja, was soll ich sagen, ne? Dann bauen wir uns mal eben ganz kurz hoch Und schauen mal, was wir so geschafft haben Das könnte jetzt ein Dauern, aber Muss ich auch nicht zufrieden So, das ist das Ergebnis Das ist Digga, das ist ja mehr übrig geblieben als ich dachte Wow Guck mal, wie viel Loot da unten liegt Naja Damit müssen wir die Challenge wohl leider als Verloren Abhaken Dennoch hoffe ich euch natürlich, dass es euch gefallen hat Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne doch auch ein Like und ein Abo da Würde mich freuen Und dann Haut rein Leute Ciao